Hey, ich bin Steffen Haarmann. Ich begrüße euch zu meiner ersten FCBB Homeoffice Session. Warum wir alle zu Hause sind, das wisst ihr, denke ich. Aber damit ihr im Kopf, aber auch körperlich vital bleibt, braucht ihr einen Basketball, zwei Bälle, am besten Tennisbälle. Wenn ihr keine Tennisbälle habt, dann nehmt gerne auch Soppen. Zum Warm-Up brauchen wir jetzt erstmal gar nichts. Wir fangen an mit ein paar Balance-Gemungen. Dazu stellen wir uns erstmal weitbeinig, Füße nebeneinander, stabil hin. Wir nehmen die Schulterblätter nach hinten, finden erstmal einen ordentlichen Stand. Wenn wir sicher stehen, dann versuchen wir, uns in einem großen Kreis zu bewegen. Das versuchen wir erstmal, ohne hinzufallen. Wenn das gut klappt, dann könnt ihr die Augen dazu zumachen. Wenn ihr mal aus dem Gleichgewicht kommt, das ist kein Problem, dann findet ihr die Position wieder neu. Und fangt nochmal von vorne an. Wenn ihr so zehnmal die eine Richtung gemacht habt, dann wechselt ihr einfach die Richtung. Versucht den Kreis immer größer werden zu lassen. Ihr könnt kurz die Beine ausschütteln. Ihr könnt das so für euch selbst machen. Zehn bis zwanzig Sekunden. Und ich habe hier auf dem Zettel geschrieben, 20 ist eigentlich eine gute Zahl, die man durchhalten sollte. Nächste Aufgabe. Ihr stellt euch aufs linke Bein. Finde wieder einen guten, unstabilen Stand. Nehmt das rechte Bein nach oben. Hebt es 90 Grad hoch. Die Fußspieze zieht ihr auch 90 Grad an. Dann versucht ihr erstmal auf der Stelle zu stehen, ohne hinzufallen. Wenn ihr das gut könnt und ihr fühlt euch sicher habt, dann macht ihr auch hier die Augen zu. Jetzt seht ihr das gar nicht so einfach. Natürlich auch die andere Seite. Jetzt das rechte Bein ist stabil am Boden. Das linke Bein nehmt ihr nach oben. Will er sich im Stand finden. Und wenn ihr mich sicher fühlt, dann schließt eure Augen. Hier auch wieder. Pro Bein, 20 Sekunden. Macht das so alles in eurem eigenen Tempo. Jetzt noch eine kleine Aufgabe für euch. Ich nehmt ihr den rechten Fuß, stellt ihn vor den linken Fuß. Quasi wie auf einer Linie. Steht sicher. Und jetzt macht ihr auch wieder die Augen zu. Jetzt könnt ihr euch noch vorstellen. Ihr seid auf einem Seil. Und unter euch geht es 20 Meter in den Abgrund. Dann versucht ihr natürlich nicht runter zu fallen. Wenn ihr das habt, auch wieder 10 bis 20 Sekunden, dann wechselt ihr die Beine. Jetzt ist das linke Bein vorne, das rechte Bein hinten. Erstmal wieder sich an den Stand finden und dann wieder die Augen schließen. Ihr merkt vielleicht, der ganze Körper merkt sich dadurch auf. Der Kopf findet dann auch an zu arbeiten. Sehr gut. Wie gesagt, macht das wieder in eurem eigenen Tempo. So, jetzt kommen wir zu den Bällen. Ich habe für euch extra einen dunkleren genommen, einen hellen, damit ihr dann vielleicht besser kontrollieren könntet, wie die Bälle fliegen. Wir wollen ganz einfach anfangen. Hier steht es. Wir wollen einfach die Bälle gleichzeitig nach oben schmeißen. Jeder für sich 20 Wiederholungen. Das ist so nicht einfach. Wenn das dann zu einfach wird, dann schließt ihr einfach mal ein Auge. Ein Auge schließen. Bälle nach oben. Wenn ihr das gut könnt, dann legt das andere Auge und macht es zu. Hoppa. Sehr gut. Nächste Aufgabe ist dann, die Bälle abwechselnd nach oben zu werfen. Versucht, so schnell wie es geht, den Ball nach oben. Fasst, dass beide Bälle gleichzeitig in der Luft sind. Jetzt könnt ihr schneller werden. Sehr gut. Jetzt schließt ihr auch wieder ein Auge. Andere Auge. Sehr gut. Ja, wieder 20 Wiederholungen für euch. Jetzt eine kleine Aufgabe. Der Ball in der rechten Hand, hier mein dunkler Ball, fliegt in die Luft. Und unten wechselt der andere auch die Hände. Also ich schmeiße mit rechts diesen Ball hoch. Fange mit der linken Hand. Zack, zack. Jetzt ist rechts der gelbe Ball. Gelbe Ball, fliegt in die Luft. Zack, zack. Ich fange mit links. Jetzt ist wieder hier der schwarze Ball in der rechten Hand. Ja, versuch das. So, wir sind in eurem Rhythmus. Wenn ihr deshalb 20 Mal renntet, wieder die linke Hand nach oben, rücken wechseln. Linke Hand nach oben, unten wechseln. Sehr gut. 20 Mal. Jetzt wollen wir den Ball nach oben schmeißen, wieder mit der rechten Hand fangen. Dabei aber den Ball unten zweimal wechseln. Das heißt, ich schmeiße den Ball nach oben, wechsle den Ball unten zweimal. Eins, zwei und fangen. Eins, zwei und fangen. Eins, zwei und fangen. Ihr könnt natürlich auch wieder ein Auge zumachen. Dann die andere Hand natürlich. Hoch, eins, zwei. Hoch, eins, zwei. Hoch, eins, zwei. Hoch, eins, zwei. Sehr gut. Wenn sich das gut anfühlt, gehen wir gleich über zur nächsten Aufgabe. Um die nächste Aufgabe reinzufinden, wollen wir beide Hände oben auf den Bänden legen. Wir schmeißen die Bälle hoch, fangen sie um, jetzt andersrum. Zack, 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 zack. Habt ihr das verstanden? Sehr gut. Jetzt, eine Hand ist oben, die andere Hand ist unten. Jetzt wollen wir auch wieder wechseln. Das heißt, die Bälle loslassen, ein bisschen schmeißen und die Hände wechseln. Zack, 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 zack. Okay, wunderbar. Das ist jetzt die Tennisball-Session. Jetzt nehmen wir ein Basketball dazu. Da wollen wir gleich mit einer Aufgabe beginnen, die gar nicht so einfach ist. Eine kleine Spaßaufgabe, aber versucht euch da mal reinzufuchsen. Wir versuchen zehnmal, den Tennisball oben auf dem Basketball tatzen zu lassen. Das heißt, ich schmeiße den Tennisball nach oben und versuche mit dem Basketball, den Tennisball zehnmal zu berühren. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizeh, zwölf, 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 zwölf. Mannschaft, lasst es mich wissen. Schreibt gerne unten in die Kommentarzeile, wie lange ihr dafür geworbt habt. Gut, dann wollen wir mit dem Tennisball kurz loswerden. Wollen wir mit dem Basketball starten. Wir nehmen den Basketball in die rechte Hand, schmeißen ihn hinter den Rücken, so dass er wieder nach vorne kommt und wir fangen ihn wieder mit der rechten Hand. So soll es aussehen. Versucht es mal. Zehn Mal. Wenn ihr das habt mit rechts, dann nehmt ihr eure Leute vermutlich schwächerne Hand, dann nehmt ihr die linke Hand. Macht es auch. Macht es auch. Zehn Mal. Nächste Aufgabe wäre wieder mit Basketball und Tennisball. Basketball in der rechten Hand, Tennisball in der linken Hand. Jetzt wollen wir den Basketball da oben schmeißen und den Tennisball auf die rechte Hand nehmen, quasi ein ganz einfaches Stungulieren. Ja, im Kreis. Bälle wechseln. Könnt ihr da ein Auge zu machen. Wie ihr seht, da ist der Problem. Dann wollen wir die Richtung wechseln. Jetzt geht der linke Ball, also der Tennisball, oben rüber. Okay, probiert es aus. 20 Mal die eine Richtung, 20 Mal die andere Richtung. Around the waist. Jetzt wollen wir den Tennisball, oder in dem Fall den dunklen Ball, nach oben schmeißen und den Basketball um die Hüfte kreißen lassen. Das heißt, weiter hoch. Hopp. Und fangen. Hoch. Hopp. Da wir auch eine linke Hand haben, wollen wir den Tennisball in die linke Hand aufnehmen, nach oben schmeißen und an. Oh ne, das war's halt. Zehn. Nein. Lecker hoch. Jetzt. Hopp. Der Kreis soll nämlich andersrum um die Hüfte auch trainiert werden. Jetzt kommt mein Kopf durcheinander. Also, Tennisball oben und kreißen. Hopp. So, probiert es. Zehnmal jede Seite. Eine Stufe härter ist es, wenn man den Ball nach oben schmeißt und dann den Basketball durch die Beine bringen will. Okay. Also, Tennisball oben. Hopp. Und wir versuchen den Tennisball hinzufangen. Tennisball oben. Hopp. 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 Und die Beine. Und kreißen. Hopp. Und die Beine. Und kreißen. Hopp. Ich komme ins Schwitzen. Dann wollen wir nicht nur im Wall-Heading arbeiten. Noch eine kleine Aufgabe, um an der Wurftechnik zu arbeiten. Dafür legen wir uns auf den Boden. Auf den Boden. Komplett flach auf den Boden legen. Wir wollen den Ellbogen auf den Boden legen. Die Hand, wie beim Wurf, schön hinter den Ball bringen. Und von der Position wollen wir den Ball nach oben werfen, sodass der Ball einen Rückenwertstrahl hat. Ja, gerne 25 mit der rechten Hand. Guckt darauf, dass der Ball gerade nach oben fliegt. Und genau wieder in der Hand landet, da wo er gestartet ist. Und weil wir auch mit der linken Hand besser werden wollen, genau das Gleiche dann auch mit der linken Hand. Denkt dran, den Ellbogen immer am Boden ablegen und dann mit einer Bewegung die Beine nach oben bringen. Sehr gut. Fürs nächste Mal lasse ich mir wieder neue Übungen einfallen. Aber ich hoffe, ihr trainiert die fleißig, weil die Übungen vor dem nächsten Mal sind darauf aufgebaut. Kleiner Tipp vielleicht noch. Benutzt direkt beim Zähneputzen die Balanceübungen. Ihr könnt auf einem Bein genauso die Zähne putzen, wie auf beiden Beinen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.